Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute wieder einiges Neues von der Daisy Standalone, außerdem noch ein paar News zu dem Kanal. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, es gibt einige Neuerungen bei der Daisy Experimental 0.53, dazu kommen wir aber gleich. Ich habe noch ein paar wichtige Informationen für euch, die die Videos immer gucken. Und zwar, ihr kennt ja Blackbook und der hat jetzt einen neuen Kanal, aus dem Grund, weil sein Alter gehackt wurde und der kann nicht mehr darauf zugreifen und der wurde gelöscht. YouTube kann ihm da leider nicht helfen und deswegen hat er sich entschieden, einen neuen Kanal anzulegen, den werde ich in die Beschreibung packen. Er nennt sich jetzt Fabelwesen, das war mal ein Insider von uns, weil, weil ich habe es vergessen. Irgendwie, wir haben das mal irgendwie, aus Blackbook haben wir Fabelwesen rausgekriegt. Ich frage uns nicht wie, aber wir haben es irgendwie geschafft. Jedenfalls hat er jetzt diesen neuen Kanal und Link ist in der Beschreibung und ich hoffe, dass seine alten Abonnenten dadurch wieder zu ihm zurückfinden. Er hat ja jetzt schon fast über 500, von daher unterstützt ihn schön, das wäre toll. Und Videos kommen dann auch. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon einen Trailer oder sowas hochgeladen hat. Jedenfalls wollte er das machen und ab Montag geht es dann, soweit ich weiß, auch los mit Videos bei ihm, wie in alter Mania. Dann noch eine Sache zu meinem Kanal und zwar wisst ihr ja, dass wir die ganze Zeit Server suchen. Und wir haben jetzt einen gefunden, auf dem wir wirklich glücklich sind und auf dem spielen wir auch weiter. Und ich kam während den Aufnahmen auf die Idee, eine neue Videorubrik zu erschaffen, die auch mit Daisy zu tun hat und zwar Daisy Shorts, so werde ich es nennen. Das sind dann kleine Clips, die irgendwann mal kommen werden, 1-5 Minuten lange Clips, die entweder mal lustig sind oder wir zeigen euch irgendwas. Das sind keine Hauptfolgen oder so, die werden auch nicht in den Hauptfolgen gezeigt. Das sind aber auch keine Zusatzfolgen. Zusatzfolgen sind ja immer nur Folgen, die beinhalten, was zwischen den Hauptfolgen vorkommt. Und diese Daisy Shorts werden dann Ausschnitte aus Erlebnissen, die wir ohne Aufnahme aufgenommen haben. Und ja, jedenfalls die in keinem Verhältnis stehen. Und da könnt ihr euch mal drauf freuen. Ich bin mal auf Feedback gespannt. Wie gesagt, 1-5 Minuten folgen und die werden auch nicht den Uploadplan verunstalten. Apropos Uploadplan, ich habe jetzt wieder einen Uploadplan. Ich habe mir gedacht, ich haue den alten Uploadplan wieder hoch, also diesen Montag, Mittwoch und Freitag ein. Eigentlich habe ich den jetzt schon lange wieder da, nur wollte ich es nie offiziell machen und jetzt dachte ich, komm, eigentlich läuft es so gut gerade. Und ich bin immer noch motiviert, weiterhin Epoch rauszuhauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, haue ich den alten Uploadplan wieder drauf. Und jetzt könnt ihr euch sicher sein, dass Montag, Mittwoch und Freitag wieder Videos kommen und Sonntag hier News. Und dazwischen halt immer mal Zusatzfolgen oder Daisy Shorts. Könnt euch drauf freuen. So, ja, jetzt kommen wir zu der Daisy Standalone. Da gibt es einige paar neue Sachen, die ganz interessant sind, was die Experimental Version 0.53 angeht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn das Video rauskommt und die Stable 0.53 schon draußen ist und ich da jetzt keine Patchnotes liefern kann. Der Grund ist, ich muss das Video hier für die News ein paar Tage früher aufnehmen, weil ich nehme die an, die Samstag auf Sonntag auf. Aber da bin ich nicht da. Und deswegen, wo ich das früher aufnehmen, kann sein, dass die Sachen jetzt autodate sind und schon auf den Stable Servern drauf sind. Für mich ist es jetzt nur Experimental, deswegen sage ich so. Das sind auch keine Patchnotes, das sind ein paar Sachen, die jetzt dazukamen und die halt in der nächsten Stable Version wahrscheinlich auch dazukommen werden. Ähm, das sind auch nicht so viele Sachen jetzt, aber die fand ich halt ganz interessant. Und zwar, ähm, kurz, ähm, ich hatte ja angekündigt, dass ein neues Schulgebäude demnächst den Weg auf Tscherna, Russland, äh, finden wird. Und hier seht ihr ein paar, äh, Einrichtungsgegenstände von den Schulen. Ist ganz interessant. Und, äh, hier seht ihr noch eine FN Trombone, eine neue Waffe, die auch den Weg in die Experimental Version 0.553, äh, gefunden hat. Und, ja, dann das Interessanteste und auch schon das Letzte, ähm, war der neue Gefängniskomplex. Und zwar gibt es eine neue Insel, die sich direkt vor Kamenka befindet, da kann man halt hinschwimmen. Die kann man auch schon direkt von der Küste aus sehen und da ist halt ein Gefängniskomplex drauf. Hier seht ihr ein paar Bilder, ähm, ne? Schön, ne? So viel dazu finde ich sehr interessant. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr das jetzt seht am Sonntag, ich kenne mich, äh, ich hab immer einen guten Zeitplan, ich nehme etwas auf und eine Stunde später kommt eine mega Hammer News raus, die ich jetzt nicht in der Aufnahme habe. Deswegen, ähm, schaut mal auf meiner Daisy Standalone Partner Fanpage vorbei. Da nehme ich meistens die News her und da könnt ihr dann auch sehen, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn ich euch das jetzt so nicht zeigen kann. Oder schreibt es in die Kommentare, da könnt ihr mich dann auch gerne ergänzen. Ja, dann schaut mal bei Blackbook vorbei, aka Fabelwesen, ab jetzt. Der wird sich sehr freuen. Äh, freut euch auf die Daisy Shorts und, ja, ich wünsche euch dann einen schönen Rest von Tag. Montag kommt dann natürlich die nächste Folge Daisy Epoch auf dem neuen Server, der sehr viel Spaß macht. Äh, zu der Geschichte von Blackbook mache ich übrigens noch ein extra Video, damit es auch alle mitkriegen. Also nicht wundern, ähm, die Info kommt dann halt doppelt. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Rest von Account rein. Lasst knacken und bis dahin. Ciao!